Wir haben den Mehrspieler-Modus von New Super Mario Boss DS gespielt, mit komplett neuen Leveln und neuen Items. Und da sind einige lustige Dinge passiert. Und nun viel Spaß mit dem Video. Leute, wir spielen schon übrigens Lira, Ramses und Fynn heute auch wieder. Diese komischen Menschen hier, und zwar auf Volcano, einer kompletten neuen Map. Einen neuen Arena für diesen Modus, für den Online-Modus von New Super Mario Boss DS. Die Map ist auf jeden Fall sehr groß, hier gibt es auch diese komischen Balken, wo man unten gegenspringen kann. Aus New Super Mario Boss DS, mit den Stachis natürlich. Man, man, man kennt sie. Oh mein Gott. Ich verbrenne mir immer an Lira die Finger. Fynn. Es gibt halt wirklich einen Untergrund und oben was. Was auch an das Ramses. Nein! Ich bräuchte halt auch mal ein Item, ne? Ach, Queenie. Oh mein Gott, Fynn, ich will nur dich haben. Dankeschön. Wenn du mich liebst, dann sag mir das doch anders. Dankeschön. Oh, Ramses. Oh, Fynn. Nein! Da kann man Feuerball von der Seite. Das ist echt schwierig. Nein! 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 Ramses! Fynn, ich hab nichts mehr! Ja, ich muss halt. Ja, ich muss halt langsam hin. Komm, Ramses, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Oh, yes. Oh, yes. Wer soll meine Sterne bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ja auch nicht so ein Lama, sowas platz. Oh, 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 oh. Ohne Pinata. Ohne Pinata. Ohne Pinata. Äh, was ist denn jetzt passiert? Hallo, ich wollte mich doch nicht ducken. Was ich aber geduckt habe? Ja, nicht einmal ducken im Kampf. Oh nein. Was passiert hier? Die Sterne wechseln immer den Besitzer. Die Sterne wechseln so auf, wie ich meine Unterhose. Hallo euch. Ja, hallo, wenn da ein bisschen was drin ist, dann muss man das ja wechseln, oder? Ich wollte eigentlich keine Details fördern. Oh nein, Mira kam von oben. Was machst du daran? Ich habe das Glück, dass nicht manch jemand das Item benutzt. Welches? Den Panzer. Achso, das Ding. Aber jetzt weißt du es ja, oder? Nee. Sag es ihm nicht! So, warte. Was wird denn das für... Nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Never! Oh mein Gott! Ich habe nur damit gerechnet, wirklich. Hallo! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich muss weg hier! Nicht der Mini-Pilz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Finn hat gewonnen! Crazy! So Leute, die zweite Welt ist bekanntlicherweise eine Wüstenwelt und das ist zwar nicht das zweite Level was wir spielen, aber trotzdem ist es eine Wüstenwelt Leute. und auch komplett custom, komplett neu gemacht und da spielen wir jetzt zusammen drauf. Aber... Ja, gut. Weißt du, ich bring mich lieber um. Ja, danke für den Stern aber, ne? Ja, wirklich groß zu groß, dankeschön dafür. Ah, kein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Liras, wollte ich dich heute hintreffen, okay? Ja, klar. Jetzt nicht mehr. Lira ist im Weg. Oh nein! Oh nein! Warum sie es? Warum sie es? Jo! Bleibt mal da, ne? Lira, wieso kommt... Ich bin so hochgesprungen. Oh nein! Soll ich nicht gegen dich kämpfen, oder was? Es ist ja gut, wenn du wegbleibst. Oh mein Gott! Finn! Du Klette! Oh, Lira hat... Oh mein Gott! Lira hat einen wichtigen Stern. Der hat gerade keinen Schaden gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Na, jetzt dafür. Weil ich kenne Ramses nur in seinem Propelleranzug, ne? Wirklich. Also ich hab noch nichts anderes von ihm gesehen. Das ist doch gut so. Wie nennt sich das? Äh... Ja, besser jetzt. Das geht mal zum Mini-Pay-Screening. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht, ne? Wie? Ich bin doch ein kleiner. Ich bin doch ein kleiner. Bin ein kleiner, kleiner Bube. Kleiner Süßer, ne? Ja, ein kleiner süßer Bube bin ich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Gebe ich mal mit? Dankeschön! Oh nein! Wo ist Queenie? Nein! Ihr geht auf den einen Schienen, der wirklich so auch keine Sterne hat. Aber... Finn! Was denn? Der kommt wieder mit dem Panzer an. Ich darf doch auch mal. Oh mein Gott. Hör auf! Irgendjemand ist gestorben. Nein! Ja, ich wurde auf die Dücke gebumst. Nein! Was wurdest du? Äh... Gehauen. Gehauen, Leute. Nein, Ramses! Ah, er hat einen Stern. Dankeschön. Er hat immer noch einen Stern. Ey, ich gönne dir den Finn. Ey, Wolf, hab dir das gegönnt, okay? Ja, hab ich gesehen. Nein! Ramses, du nicht. Dir gönne ich das nicht. Ich will ihn noch weg. Ich will auch ihn noch weg. Oh mein... Nein! Acht! Ich bin schon wieder in die Lücke gefallen. Wie kann das sein? Mira! Ey, Ramses, du hast Hass auf mich, ne? Wie du nur mir hinterher gehst. Oh mein Gott. Ich helf mich ja auch nicht. Nein! Nein! Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh nein, Mira wurde... Ja! Finn hat gewonnen. Crazy. So, Leute, wir gehen wieder rein. Bonus. Wieder eine neue Map. Ein Bonusraum aus New Super Mario Bros DS. Kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie die aussahen. Kann sehr gut sein. Wir haben hier auf jeden Fall... Das ist aber eine Custom Map. Ja, das ist eine Custom Map, genau. Die wurde komplett neu gemacht. Lira, gib mir eine Stampfattacke, weil sie mich gerade hasst. Weil ich sie ja vorfällig gemacht habe. Ich habe das nicht vertötet. Hey! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass meinen Sternen... Es geht wieder los! Danke. Du hast mir Liras Stern geschenkt, Greeny. Nein! Nein! Oh mein Gott! Ja! Nein! Oh Mann! Hä, Leute? Okay. Ramses ist damit die ganzen Sterne auf. Wir müssen Ramses was abnehmen. Nein! Wie fliegt man denn? Ich verstehe. Ich wurde eingefroren. Nein! Oh, das wäre krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Nein! Was ist das hier? Teaming oder...? Das ist kein Teaming. Herr Finn geht auf mich. Finn, nein! Lass das! Nö. Das tut ihr nicht gut. Glaub mir. Das tut ihr nicht gut. Nee, Finn nicht auf mich drauf. Ich bin gerade happy, so wie ich hier gerade bin tatsächlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hahaha! Let's go! Was sollt ihr machen? Was sollt ihr machen? Oh nein! 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 Okay! Was? Du warst gar nicht auf mich drauf! Ich bleibe jetzt hier drin! Das ist ein Stern noch rausgekommen! Was? Wir sind fünf beide! Okay Leute, Pipes! Eine sehr, sehr legendäre Web in dem Multiplayer-Modus von diesem Mal Malbrus CS. Ich habe mal sehr, sehr viel gespielt damals. Es geht nur die ganz... Linksaußen. Ich komme die nicht hoch! Hahaha! Lira, es tut mir leid! Guck mal, Lira kommt jetzt hier raus! Und... Wolltest du in die Röhre vielleicht? Ich war doch in der Röhre! Ja, ja, aber... Lira! Ui! Ich bin hier in der Lieblings-Item! Oh nein, welches? Ja, das Blaue! Oh mein Gott! Ja, ne, ich gehe da nicht lang! Aber du kommst zumindest so nicht hier hoch, so! Dann... Okay, die aber Lira kommt von hinten! Hinter halt einfach! Lira! Oh! Oh nein! Ach, danke! Ich sehe gerade immer zu Finn hin! Ramze! Boah, ich nehme das mal mit, ne? Bye-bye! Nein! Wie du einfach in die Shea reingehst! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Let's go! Ach! 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 Da war ja was! Oh mein Gott! Da war was! Haha! Ist das insane! Das ist unfair! Krass! Nein! Haha! Wie die Map aussieht! Hallo Ramses! Okay! Map ist hier nochmal! Aber der ist gerade gespawnt durch die Münzen! Also es ist halt wirklich lucky, dass das halt spawnen, ne? Oh Gott! Lira! Oh nein! Ramses ist hier! Ich habe den guten alten Trick! Der gute alte Trick! Nein! Nein! Es ist Lira! Oh mein Gott! Lira ist big! Hey! Ich bin sofort wieder klein! What? Oh ne! Ich bin wieder Piranha-Pflanze! Hä? Du machst dir aber, erfällst du ja nicht die Piranha-Pflanze! Ja! Keine Ahnung! Oh mein Gott! Das ist das Game! Was? Ich bin sofort wieder klein! Hä? Kann das sein, weil der keinen Platz hat, da zu spawnen? Hä? Du bekommst die ganze Zeit! Hä? 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 Ich hätte ihn schon wieder bekommen! Das ist weird! Das war's mit dem Video! Ich streame übrigens regelmäßig auf YouTube und dann kannst du hier irgendwo jetzt einen Livestream anschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im Stream wieder! Ja! Ja!